Ich hoffe, es tut dir wenigstens Zeit, wenn du wieder aus der Reihe fällst. Die Karre legt die Wand fest, alle reden und wissen, was gut für dich ist, in eine Schublade gegrüßt. Ja, vielleicht liegst du daneben, komm, stör dich nicht dran, dann ist das ebenso. Die Karre legt die Wand fest, alle reden und wissen, was gut für dich ist. Die Karre legt die Wand fest, alle reden und wissen, was gut für dich ist. Du bist so unschlüssig, ob es richtig ist, dass die Karre noch nicht weißt, ob das die Karre aus dem Scheiß reißt. Die Karre legt die Wand fest, alle reden und wissen, was gut für dich ist. Du machst auch nicht, du überhast dich. Du machst gar nicht, du, was du willst. Du bist so ein professionalist. Und wenn du, was du bist. Du bist so eine Karre. Du bist so eine Katze gegrüßt. Du Cooperst. Mach Lutz Stayõigk shocking auf hungend aus Wertsch uh litre. Und wenn du dich mal verlierst, dann wirst du das schon erkennen Steh halt wieder auf und mach dich auf den Weg Du musst gar nicht, du weißt nur 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 weg Vielen Dank.